Hallo junger Mensch, hey junger Mensch, hey junger Mensch, hey junger Mensch, hey Leute, hey junger Mensch, du fragst dich, wie die Stadt funktioniert, hast Ideen für politische Formate oder hast sonst wie irgendwie Bock auf Politik, dann hat dich der Algorithmus zur genau richtigen Adresse geführt, nämlich zu uns. Ich bin die Toma vom gemeinnützigen und überparteilichen Verein rund um das Team Tomorrow Stuttgart und wir suchen bis zum 16. September 2020 neue Tomorrowmaker, die mit uns zusammen ihre politischen Ideen und Formate umsetzen und in den ganzen Stadtteilen dann verwirklichen und Politik einfach machen. Du fragst dich jetzt bestimmt, was eigentlich ein Tomorrowmaker ist. Ich möchte es dir an einem sehr naheliegenden Beispiel erklären. Einem Sandwichmaker. Das Brot sind wir, das Team Tomorrow Stuttgart. Wichtige Grundlage an einem Sandwich. Der Käse darauf ist deine zündende Idee, wie du Politik an junge Menschen heranbringen möchtest. Wir geben noch knackiges Grün hinzu, indem wir Workshops, Seminare und sonstige Weiterbildungsmaßnahmen für euch anbieten. Außerdem hinzu kommt die knackige Tomate. Das ist dein Mentor, der dich berät, unterstützt und einfach für dich da ist. Davon kannst du gerne auch zwei haben. Und zu guter Letzt kommt die Soße dazu für den nötigen Pep. Das sind die anderen Teammitglieder. Alle anderen Tomorrowmaker bei Team Tomorrow Stuttgart, mit denen du zusammen auf Workshops und Seminare fährst und richtig viel Spaß haben wirst. Doch all das ist nur halb so geil, wenn es keinen Maker gibt, der das Ganze miteinander verbindet und zu was richtig Leckerem werden lässt. Und das bist du, der Sandwich Maker. Lerne inspirierende Menschen kennen, entwickle dich weiter, überwinde Herausforderungen und werde selbst zum Tomorrowmaker. Alle wichtigen Informationen zur Bewerbung findest du auf team-tomorrow.org. Wir freuen uns auf dich. Damn, war das gut. Schnell, 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 schnell. So, lass die Zeit. Wir freuen uns auf die Zeit. Ja, wir freuen uns auf die Zeit.